Willkommen zu einer neuen Folge Let's Bay Stars Starships, Starships drübers. Ja, in der letzten Folge bin ich ja schon wieder hart eskaliert. Es ist einfach, ich mag diese Skorpione nicht, ey. Ganz ehrlich, diese so eine behinderte Kack-OP-Einheit. Bestimmt weil das Spiel noch nicht so lange draußen ist, ne? Ich bin aber bestimmt, dass die Skorpione auch leichter sind. Ich bin aber auch nicht so schnell. Oh! Sooo, wir kommen auf die Maus. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir die... Wo sind diese Plasma eigentlich? Ach, da hocken die... Da sind sie. Da hocken die fette Ärsche. So, macht es Sinn hier hoch zu gehen? Eigentlich schon. Schnapp mal uns den ersten. So, da waren die drei Löcher hier. Da ist ja oben noch einer, ja. Boah, Alter, ohne Witz, ne? Was machst du da? Was soll das? Was machst du da für ein Braindance, Alter? Oh, du willst doch. Ja, das ist... Ah, das ist einfach viel angenehm. So, schnell weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles ist... ...deutend leichter, ne? Okay, wir fahren mal heim, los! Das ist halt bedeutend leichter, ne? Das ist... Ja, komm! So, jetzt müssen wir mal den Fettarsch besiegen... Nicht Fettarsch, oder da? Oh, ich hasse ihn einfach so hart, ne? Boah... Ganz gar nicht... Genau, das ist schlecht, ja, ich hasse... So, dann speichern wir hier mal mal testen... Ja, also, ich... Ich bin ehrlich, es tut mir auch sehr leid, ich wollte ja... Ich habe hier eine groß rumgetönte Fahrt, wir haben es auch echt lange und viel gespielt und... Wir haben echt unser Bestes gegeben, aber ne, ich sag jetzt mittlerweile... Das geht irgendwann nicht mehr... Das geht irgendwann nicht mehr... So... Vor allem nicht mit diesen Scheiß... Also, ich sehe es nicht ein, ich hätte mir jedes andere wie jetzt... Die letzten Missionen wieder... Hätte ich mir alle... Hardcore gegeben, aber nicht mit diesen Scheiß-Skorpion-Dinger... Nee, ich kann die gar nicht abhaben... Die sind so OP... Also, die haben sie gar nicht ausgeprämmenzt... Vielleicht können sie mir sagen, was ich wollte, aber die haben sie überhaupt nicht gebrämmen... So, wir sind... Oh, kann mich mal... We've lost contact with the comms base... Move it out! Move out! Move out! Are you fighting for nothing, sir? Move it out! Here we go! Yeah! Ready to go! Let's get some about! Move out! Let's get some about! So, erstes Weg... Lock and load! I'm doing my part! Move out! Let's get some... On the balance! Move out! Let's get some... Ready to go out! Move out! On the balance! We're gonna' get some... Let's get some... ... We're gonna' get some... Oh, das wird so knappt. das ist gar kein bock mehr Aber wie gesagt, diese scheiß Skorpion Bugs, die nerven mich so hart, die sind einfach so unnütz und ich weiß nicht, ich mag sie halt gar nicht, ich kann es halt echt, braucht keinen Schwanz. Braucht das echt keinen Schwanz. Ja, hab ich jetzt alle abgegeben, ach Gott, das war jetzt dumm, hab ich mich vertan, ich hab mich verdrückt. Dann bauen wir kurz unsere Armee auf, dann holen wir uns die. Dann holen wir uns die hier schnell, dann gehen wir hier runter, holen uns die und die. Ja, komm. Hier hat man das Kraftwerk gekriegt, gut wenns, naja. Ja, aber so viel Schaden machen die ja an den Scheiß, den Scheiß steppen wir auch nicht. Ja, cool. Ja, cool. Danke! Was ist das? Das ist ein Schnau. Das ist ein Schnau. Was ist denn das Deck von Granaten meinten, los? So, los rein mit... Huch, also bin ich ehrlich, das ist... Also die Mission hätten wir jetzt so gespielt wie wir es... Also hätten wir es so schwer gespielt, nö, bin ich ehrlich, hätte ich überhaupt keinen Spaß daran gehabt. Da bin ich ehrlich, da hätte ich überhaupt keinen Bock dran gehabt, ne. Das hätte auch überhaupt keinen Spaß für mich gemacht. Wo ist der Kampf? So, vielleicht sind die Missionen auch richtig schnell durch, ne. Oh. Move out! Watch your spacing! Moving out! Move out! Watch your spacing! Moving out! Wipe them out! Move out! Watch your spacing! Moving out! Lock and load! Lock and load! Fire! A5! A5! Touch fo får! G trên! Wipe out! Faktion! WATCH! Faktion! Faktion! A5! Faktion! Faktion! Ja, sind Sie für die A-Squad mit einer Pistole? Ja, Sir! All die Böden sind. Geht raus! Geht raus! Echt raus! W Heathrow! Oh, ich bin nicht der Waffe! Nichts! Geht raus! Waren Sie die Traur? Waren Sie die Barsch? Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Komm, rein, yes. Ja, nehme ich auch und jetzt noch sowas dann dazu. Das wäre halt auch noch dazu gekommen. Ne, 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 lasst mal. Bin ich ehrlich, bin ich froh, dass ich mich dafür entscheide. Ich meine, ich muss mich dafür auch nicht schämen. Ich meine, hey, wir sind so weit gekommen auf Brutal, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Und vor allem, ich will es auch nicht wieder, ich will es auch wieder nicht 25 Folgen lang machen lassen. Oder wo ich 25 Folgen mehr brauche, nur weil da nicht vorankommt, habe ich ja auch mittlerweile keinen Bock mehr drauf. Ja, so viele Folgen. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, es ist stellenweise Missionen dabei gewesen, die echt richtig cool waren. Aber, ja, es waren schon so wie mit den Skorpion-Wichsern da, das macht denen wir keinen Bock. Da muss ich sagen, da kackt das Spiel mal voll ab. Also, ich meine, meine Gedungs-Schnur ist echt hoch und ich spiele auch gern sowas auf schwer, aber dann ist es so ein Scheiß. Ne, das ist dann. Move out, watch your spacing. Log and load. Let's get in the club. Move it out. Let's get in the club. Lock and load. Where's the club? Where's the club? He's killing the club. Watch the space, let's get in the club. What is the club? Moving out. Ready? Aaaaah! What is this? A unit of intermobile, sir. It's locked and load. Move out. Watch the club and load. Moving out. Moving out. Looking for the need for it. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Wass ist das wies, oder? Das war jetzt ziemlich krank für mich. Das ging jetzt am schnellsten. So, oh nice Oh, that's so nice, thank you You're looking for the A-Squad? Lock and load Moving out You're looking for the A-Squad I'm doing my part So Jetzt haben wir das auch noch But the bugs could not resist to lure them out of their holes Let them through the front line to be exposed out in the open But what about the aircraft? If they were destroyed They were never going to fly in the first place We built empty shells Fakes The real ones are airborne right now For once it's the bugs who have underestimated us Next time you pull a stunt like this I would appreciate being kept in the loop Anyway At least the plan worked If the Federation wanted a target-rich environment They've got it Main power plant back online Searchlights activated Yes, sir Macht das Sinn, wenn wir uns 500 Stück, ah, das geht schnell Uh Where's the fight? Sir Look alive, Squad Sir Yes, sir Squad, move up Move out Where's the fight? Move out Watch your space Ready to go I'm doing my part Ready to go Moving out So Where's the fight? Watch your space Moving out Look alive Affirmative Let's get moving out Watch your space Lock and load Let's get moving out Dann schließen wir hier alles Alert Bug attack inbound Ja, die sollen durchkommen Wo was von hier kommt Stimmt aus dem Skorpion und sowas Aber Zwei Stück Uh Da sind los Skorpionen Sir, Arachnum is left in one of our bases Was ist das? Oh, lass mal wieder einen realen Tag. Oh, die ersten 76 Stück haben wir. Haben wir hier was? Nein, wir haben keine Schäden genommen. Aber die kommt, glaube ich, nur von vorne. Genau so, wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Ich speichere mich nochmal. So, da kommen sie. Das hält sie halt wirklich in Grenzen. Also, ich bin ehrlich, ich hatte echt keinen Bock mehr gehabt auf den Scheiß. Oh, das ist das. Sir, ja, Sir. Look alive, Corwin. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, nein, glaube ich. Oh, nein. Aber player Mann. So, die 11. Hammer könnten ruhig ein bisschen schneller kommen. Ja, ja. Easy peasy. Wie gesagt, ich hätte die Missionen. Ich glaube, die Missionen wäre gar nicht so verkehrt, wenn diese scheiß Skorpion Bugs nicht dabei wären. Ich glaube, dann wäre die richtig coole. Also für mich gar nicht, ey. Die ist so kacke. Die sind scheiß Skorpion. Jetzt geht sie so recht easy. Das ist so kacke. Ja. 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 Follow me! Sir, roger that. Affirmative. Raise the clock and load. We've got a unit under attack. A unit under attack. Move out. Watch your space. Raise the clock and load. Move out. Watch your space. Move out. Watch your space. So, next time we have to start building. I think it's going. Move out. Move out. Move out. Move out. One, two, three, three, four, five. Then we have to add the tanks. That would be a lot cooler. Move out. Move out. Lock and load. On the bounce. Lock and load. Move out. Lock and load. Oh, no. It's 2-0. Where's the fight? You're looking for the A squad. Roger that. Sir, a rack is obstructing one of our bases. Moving out. Moving out. Moving out. Moving on, squad. Move out. Watch your space. Moving out. Move out. Watch your space. A unit is being promoted, sir. Moving out. Five. Ah. How'd we go? Oh, the sniper weight, uh, uh, uh. Watch your claws. Moving out. That's fine. Watch and load. Moving out. Push up. a найти the course of 200 350 area. A spot. Moved out. Watch your space! Sooo, we must have fast. Nein, das hätte ich mir nicht angetan, noch auf Hardcore. Aber irgendwie mag ich ihn nicht. Der hat doch irgendwas mit uns vor. Das war's. 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 Das war's.